Unsere Mission bei Asklepios ist, den Menschen die beste medizinische Versorgung zu bieten und ich finde, dass uns das mit einem Netz aus über 170 Kliniken, ambulanten Behandlungszentren und Reha-Einrichtungen sehr gut gelingt. Unsere über 67.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versorgen mit großem Engagement und persönlichem Einsatz unsere rund drei Millionen Patientinnen und Patienten im Jahr. Unser Anspruch ist es, die Medizin der Zukunft heute schon mitzugestalten. Der Schlüssel dafür liegt ganz klar in der Digitalisierung. Hier investieren wir kontinuierlich, stoßen wichtige Veränderungen an und sind Vorreiter im Gesundheitssektor. All das fassen wir zusammen unter dem Begriff Digital Healthineer, denn mit unseren digitalen Gesundheitsangeboten sind wir ganz nah an den Bedürfnissen unserer Patientinnen und Patienten. Dabei stehen wir für höchste medizinische Qualität. Mit neuesten Erkenntnissen aus moderner Forschung und dem Einsatz innovativer Technologien verbessern wir Tag für Tag die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten. Dazu stellen wir eine konsequente und deutschlandweit einmalige Vernetzung von Spitzenmedizin und der Behandlung vor Ort sicher. Das gelingt uns durch unser Netzwerk, das über das gesamte Bundesgebiet verteilt ist. Mit der erfolgreichen Integration der Rhön-Kliniken konnten wir diesen Wissenstransfer ausbauen. Forschung und Behandlung auf Spitzenniveau, umfassende Versorgung vor Ort. Darauf können sich unsere Patientinnen und Patienten verlassen. Das Fundament für unsere Leistung ist eine nachhaltige Unternehmensentwicklung. Und das bedeutet vor allem auch eine starke Organisation mit nachgewiesener Umsetzungsstärke und operativer Exzellenz. In über 35 Jahren Markterfahrung hat Asclepius agile Strukturen aufgebaut, die es ermöglichen, erfolgreiche Innovationen schnell in allen Häusern zu implementieren. Dazu gehören auch ein konsistentes Risikomanagement und die Umsetzung einer vorausschauenden Corporate Responsibility Strategie, um ökologischen, sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen. Die finanziellen Ressourcen für unsere anhaltend hohen Investitionen aus Eigenmitteln verdanken wir unserer Innenfinanzierungskraft, gepaart mit einer langfristig orientierten und diversifizierten Finanzierungsstrategien. Asclepius nutzt gezielt intelligente Skaleneffekte und erwirtschaftet so stabile operative Erlösströme. Wichtige Treiber für die Produktivität sind die konsequente Automatisierung und Digitalisierung unserer Prozesse. Das ermöglicht es, unserem medizinischen Personal sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt. Und das ist die Behandlung der Patientinnen und Patienten. Gleichzeitig aber auch ist das deutsche Gesundheitswesen in Bewegung. Nicht zuletzt durch den medizinischen Fortschritt und eine immer älter werdende Gesellschaft. Wir wollen Menschen über den gesamten Lebensweg begleiten. Zum Beispiel mit mehr ambulanten Behandlungen und spezifischen Leistungsangeboten für neue Marktsegmente. Zusätzliche Wachstumschancen ergeben sich auch aus der notwendigen Konsolidierung im deutschen Krankenhausmarkt. Als einer der führenden Klinikbetreiber in Deutschland werden wir hier eine verantwortungsvolle Rolle übernehmen. Dabei können wir voll auf unsere Erfahrung bei der Integration neuer Kliniken in unsere Gruppe setzen. Mit dieser Strategie bietet Asclepius zu jedem Zeitpunkt des Patientenzyklus das richtige Behandlungskonzept. Von der Prävention und ambulanten Versorgung über die stationäre Behandlung bis hin zur Rehabilitation. Mit Samedi bieten wir den Patienten eine einfache Möglichkeit, Termine online zu buchen. Mit unserer führenden Plattform CareBridge ermöglichen wir ein reibungsloses Entlassmanagement und selbst Monate nach dem Aufenthalt stellen wir mit Aponova die Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln selbst im eigenen Zuhause sicher. Wir bilden damit die gesamte Wertschöpfungskette ab, patientennah und digital. Unsere Patientenbeziehung beginnt mit der nutzerfreundlichen Vermittlung von medizinischen Leistungen über Samedi. Das ist die marktführende e-Health-Plattform für Ärztinnen und Ärzte mit einer stark wachsenden Nutzerzahl in Kliniken und Versicherungen. Der medizinische Fortschritt ermöglicht es dabei, immer mehr Behandlungen ambulant durchzuführen. Asclepius hat die daraus resultierenden Chancen sehr früh genutzt. So bieten wir in unseren medizinischen Versorgungszentren und in den Ambulanzen ein breites Spektrum an ambulanten Dienstleistungen an. Für unsere Patientinnen und Patienten bedeutet das die beste Versorgung und natürlich kurze Wege. Für einen reibungslosen Ablauf ist der digitale Zugang zu Behandlungsdaten für uns als medizinisches Personal sehr wichtig. Das digitale Krankenhaus ist längst kein Zukunftsversprechen mehr. Schon heute setzen immer mehr Kliniken auf Meierhofer KISS, das technologisch führende Krankenhaus- Informationssystem der Asclepius-Gruppe. Digitalisierung bedeutet für uns, Strukturen und Abläufe ganzheitlich weiterzuentwickeln. Wir wollen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlasten und die Qualität der Gesundheitsversorgung weiter verbessern. Wir arbeiten jeden Tag intensiv daran, mit unseren digitalen Lösungen die medizinischen Angebote noch besser auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Patientinnen und Patienten zuzuschneiden. Wir nutzen die Digitalisierung aber auch in Bereichen, die nichts mit den Patientinnen und Patienten zu tun haben, wie zum Beispiel in der Verwaltung oder der Logistik. Hier wollen wir immer effizienter werden, das Synergiepotenzial der Gruppe stärken und dadurch die frei werdenden finanziellen Mittel besser in den Kliniken einsetzen. Asclepius ist eine starke Plattform und hat bewiesen, sich immer neu erfinden zu können. Seit Gründung integriert Asclepius deutschlandweit Kliniken in einem wirkungsvollen Verbund und bringt die Skaleneffekte jeden Krankenhauses voll zur Entfaltung. Und aufgrund dieser Größenvorteile und unserer Finanzkraft und auch Integrationsexpertise können wir Zukunftsmodelle für die öffentliche Gesundheitsversorgung gestalten und damit auch von zukünftigen Marktveränderungen und regulatorischen Vorgaben profitieren. Die Zukunft der Medizin ist eine Teamleistung. Aus diesem Grund investieren wir seit Jahren nachhaltig in unser größtes Kapital für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Tag für Tag geben sie ihr Bestes, um unsere Patientinnen und Patienten rund um die Uhr bestmöglich zu versorgen. Asclepius ist mit fast 4000 Ausbildungsplätzen heute einer der größten Ausbilder im Gesundheitssystem. Um unserer Verantwortung noch besser gerecht zu werden, haben wir das deutschlandweit größte Ausbildungsnetzwerk im Gesundheitswesen geschaffen. Die Anforderungen an die Medizin sind stetig im Wandel. Wir bei Asclepius gehen voran und gestalten diesen Wandel. Wir investieren in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in Spitzenforschung und treiben nicht zuletzt unsere Vision vom Digital Health Senior konsequent voran. Wir übernehmen Verantwortung für unsere Patientinnen und Patienten. Vor Ort und deutschlandweit. Ambulant und auch stationär. Heute und in Zukunft. Gesund werden, gesund leben. Dafür steht Asclepius. 45! 8. 。 12. 11.